Was ist die Digitalisierung? Also sicherlich die Digitalisierung, aber auch die sozialen Medien werden ihren Impact haben. Wir haben das ja jetzt auch gesehen in der Corona-Krise. Das hat auch Spuren hinterlassen, im Positiven wie im Negativen. Es hat auch Entwicklungen gegeben in diese Richtung. Man. In der такой Richtung wo es feines um nicht festgelegt, wo es ist, das hier im Positiven ist. Es ist, die dringenden Jahre später in Helmhäupte, Diese Jugendlichen Kassen, die in der Gesellschaft,